Hallo und willkommen zurück zum Minecraft Academy. Heute machen wir etwas besonderes und zwar werden wir heute an der Slime-Insel ändern, so dass quasi der Slime da landet, wo wir wollen und der uns nicht immer, wie in der letzten Folge, so am ärgern ist. Deswegen bleibt gespannt, lasst die Bewertung da und los geht. Aber zuerst mal legen wir uns im Bett, weil ich möchte nicht, dass alles... Oh lol, links habe ich wohl ein paar Sachen kaputt geschlagen, dass alles im Dunkeln passiert, damit da noch mehr spawnt. So, die Construction-Teile muss ich unbedingt weg tun, wer das nicht gesehen hat. Guck mal, in der letzten Folge ist ein super krasses Ding, wenn ich ehrlich bin. Also diese Building-Gadgets sind echt krass. Ah, warte mal, den nehme ich da auch mit. Was ist denn da los? Komm, den laden wir direkt mal. Das Tool des Todes laden wir direkt. So, wir nehmen mal ganz kurz mit. Wir nehmen einfach mal, äh, Konkrete mit. Obwohl, für die Insel oben, sollen wir da Konkrete nehmen? Ja, oder? Komm. So, Konkrete. Unten machen wir auch Konkrete, wo die landen. Wir müssen eh, glaube ich, ein Gebiet abstecken, wo die landen, damit wir dann wissen, wo die landen. Bester Satz überhaupt. Ich bin heute richtig in Form, glaube ich. So, dann gehen wir hier mal rein und nehmen den Baustab mit. Die sind ja einfach alle Sachen immer verdoppeln in dem Rucksack, ne? Building gibt es nicht. Wand? Wir haben kein Wand. Aber wir haben, haben wir nicht mal so ein Unbreakable Wand gebaut? Wurde der auch mal aus der Tasche gelöscht? Dankeschön. Das ist immer toll. Nur mal gucken. Ne, Wand ist nicht mehr drin, ne? Kein Wand drin. Kein Wand drin. Jetzt bin ich aber traurig. Jetzt bin ich sehr traurig. Übrigens. Ah, hi. Sonntag gibt es wieder einen Livestream. Minecraft Time. Eventuell auch das hier, weil wir hatten letztes Mal auch Probleme auf dem Minecraft Time Server. Und dann haben wir hier drauf geswitcht. Heißt allerdings nicht, dass wir das jedes Mal machen, ne? Also, von da hin. Oh, okay, warte. Ach, nee. Jetzt hat er oben die Reihe gemacht, aber unten nicht, oder was? Cool. Ah ja, ist doch gut. Also, mit dem einen Tool und dem Tool hier ist ja alles wieder in Ordnung. Top. Alles repariert. Da machen wir auch mal fertig. Hier kommt ja dann E-Botania oder so hin, oder Actual Editions. Habe ich jetzt auch mal gesehen im Buch. Gibt echt eine Questline davon. Peter hat es wieder nicht gecheckt. Manchmal bin ich auch ein bisschen durcheinander. Ist aber eher super selten bei mir. Also, wer schon öfter dabei war, der weiß, ich bin immer komplett bei der Sache nie abgelenkt. Immer am Start. Und Samen. Oh, jetzt ist er weg. So. Ihr seht schon, wir haben jetzt hier schon mal ein bisschen upgradeet. Hier könnte man theoretisch mit dem Austausch-Gadget arbeiten, beziehungsweise hier oben die Ebene würde ich eh einmal abziehen. Oh, nein, mein Deconstruction-Gadget. Wir werden es einmal benutzen. Aber dafür brauchen wir das voll aufgeladen. Oh, bloß nicht in die Hand nehmen. So, wie groß wollen wir das denn? Wir wollen mal nach rechts so 4,6 haben und nach links 4,6. Tiefe ist so nach hinten, habe ich gemerkt. Oben ist oben. Boah, hab ich das gedacht. Und deswegen würde ich sagen, Tiefe machen wir auch mal ein bisschen größer. Und nein, ich hoffe, das ist kein Riesenloch gleich. Down lassen wir mal weg. So, wenn ich jetzt hierher gehe. Bitte, bitte. Nein, er geht komplett nach unten. Achso, weil ich oben auf den Block gucke. Ich muss dagegen gucken. Ah, genius. Dieses Tool ist das Beste der Welt. Guck mal, wie lange wir da dran waren. Und wir hatten einfach dieses Tool drin gehabt. Krass, Alter. Warum habe ich das nicht in Time? Nein, Spaß. Wir werden Time nicht weiter aufblasen mit Modifikation. Ist auch soweit erst mal fertig. Darf man nicht vergessen. So. Dann machen wir hier nochmal einen rein. Zack. Oh, wunderhübsch. Und übrigens, die Tage kommen auch mal andere Folgen außer Minecraft. Wir wollen den Kanal mal wieder richtig hochbringen. Dann habe ich auch ein bisschen was mit Manu aufgenommen. Ein bisschen was mit der neuen Boygroup. Ich weiß allerdings noch nicht, wie wir da den Namen setzen. Beziehungsweise nennen. Also, wie wir das Format nennen. Dazu gehört aber mehr. Boygroup ist das halt so ein 4x4-Spiel. Also nicht 4x4-Spiel. Oh, jetzt ist... Oh, Mann. Also mit 4 Leuten. Jetzt haben wir es. 4x4-Spiel. Äh. Ja, ich glaube, ich kann hier eh nicht das Wasser austauschen. Ich meine, wir haben das Exchange-Gadget noch mit, glaube ich. Können wir vielleicht mal bei dem Sand testen. So, aber an sich haben wir jetzt hier mal alles schön zugemacht. So. Ja, sieht doch klasse aus hier. Boah, ist da dunkel jetzt. Kann man da auch schlafen gehen? Aber ist noch nicht dunkel, ne? Boah. Gefällt mir nicht. Jetzt gleich kommen wieder ganz viele Slimes. So, Building Gadget. Exchanging Gadget. So, jetzt bin ich gespannt. Keine Ahnung. Shift. Ah, ne, geht wie das andere. Oh, voll easy. Also mit Shift-Rechst-Klick sucht ihr euch ein Teil aus. Und dann kann man es wahrscheinlich auch noch einstellen in der Größe. Und dann kann man einfach die Sachen auswaschen. Kann man auch so Sachen machen, die waren nicht im Inventar, ne, die waren nicht im Inventar, im Gehen nicht. Okay, so geht's. Damit kann man auch die Wege wegmachen. Wie schön ist das denn? Und die Animation ist auch cool dabei. So, wir wollen ja nicht diese Wege haben. Wir wollen ja nachher richtige Speed-Wege haben. Und ich muss sagen, das, was hier entstanden ist, finde ich echt schon schön. So mit den ganzen hin und her und so. Also ist auch mal ein bisschen was anderes als sonst. Aber, aber nur ein bisschen, leider. Ich glaube, viele haben auch mal gesagt, ich soll mal ein Sky-Mod-Pack wieder spielen. Aber man muss mal gucken, was es da gibt. Jetzt aber erstmal das. Oh, guck mal, schön. Okay, warte, wir gucken mal. Wir müssen jetzt einmal echt da hochkommen. Wir haben genug Matri... Ach, lol. Alles klar. Warte, lass mich eben bauen. Nein, ach. Übrigens, heute beginnt ein neuer Abschnitt in meiner Stream-Karriere. Nein, Spaß. Äh, ich werde mal einen MMO-Tag einführen. Und zwar habe ich netterweise einen kleinen Vortrag geschlossen, würde ich es mal sagen. Mit einem wunderschönen MMO. Heute Abend ab 19 Uhr. Ihr könnt natürlich auch mitmachen. Und zwar, äh, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Handelt sich um Final Fantasy XIV. Wir spielen auf dem Server Odin. Also, wer da Lust drauf hat. Habe ich übrigens, jetzt kommt's. Mit Zombie und German Let's Play schon ein komplettes Let's Play gemacht. Ich glaube, 30 Folgen lang oder noch länger. Wow, hat ja mal richtig gut geklappt jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich euch es verlinken soll oder ob es einfach zu feindlich war. Auf jeden Fall ist da schon einiges gelaufen bei uns. Ja, und das, ähm, spiele ich jetzt mal. Da gibt's ja auch seit letztem Jahr auch neue Updates und sowas und ein neues Add-on. Und da wollte ich jetzt einfach mal ein bisschen reinlunzen. So. Aber bevor wir da reinlunzen, machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Concrete, oder? So, warte mal. Die spawnen wahrscheinlich eh nur auf... Ach, so tief ist das. Okay, drei, vier. So. Also, man könnte ja theoretisch auch hergehen und die ganze Insel wegkloppen. Also, was heißt wegkloppen, nicht wegkloppen. Ja, doch, wegkloppen. Und dann hätte man das Spawn-Problem auch gelöst. Aber irgendwie will ich die Umgebung mal mit einbeziehen hier in unsere Bauten. In meine Bauten. Oh, das ist der... Boah, dieses Tool, ey. Sorry, dass ich so, so... Ne? Aber das ist nur mal cool, wenn man's kann. Damit. Heißt nicht, dass ich's kann, aber wenn man's kann, ist schon geil. Pass auf. Kann man einfach so machen. Dann hat man den ganz sanften, geraden Schnitt. So. Korrekte Insel, auf jeden Fall. Oh, warte. Den Slime-Block nehmen wir auch noch mit. Das machen wir so. Und dann können wir das Konkretemäßige einmal rumziehen. Und ich glaub, wir brauchen das Ganze zwei hoch. Und die ist dann halt nur noch an einer Seite offen. Das heißt, die landen nicht mehr im Wasser, sondern landen wirklich nur noch hier vorne. Und da machen wir dann irgendwie ein Auffangbecken hin. Wo wir die dann auffangen und verarbeiten. Vielleicht nehmen wir auch eine Slaughter-Factory und machen daraus Fleisch-Saft. Aber wir können ja nicht aus alles Fleisch-Saft machen. Also können wir schon, aber ob das so Sinn macht, weiß ich doch nicht. So. Und eigentlich wollte ich mit Heiko auch mal ein Modpack wieder spielen. Wir haben allerdings noch nicht so viele Ideen, was wir dann nehmen. So, hier schneiden wir wieder ab, glaub ich. Schüss. Boah, das ist so cool. So, dann haben wir... So eine richtige... Guck mal auf die Karte, wie kacke das aussieht. Jetzt haben wir so eine richtig geile, eckige, schwebende Insel. Wie cool ist das denn, bitteschön. So. Wir wollen natürlich jetzt nicht so ein Monster-Auffangbecken haben. Also wenn die Viecher hier rauskommen, dann wenn, dann nur hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5... Machen wir mal 5. Wir können die nachher auch rausblasen, wenn wir mehr wollen. Müssen wir nachher noch ein paar Gebläse einbauen. Gebläseregler? Ja, das ist doch cool, oder? So. Wir müssen jetzt genau hier unten landen und da markieren, wo die quasi, äh, ne? Landen. Bester Satz wieder überhaupt. Achtung. Das wird aber schwer, glaube ich. Oder wir schreiben uns einfach die Koordinaten auf. Oder merken uns die. Ja, merken uns bestimmt richtig gut. Also 12, 59, 6, 81. 12, 59, 6, 81. Top. Ich weiß, anstatt ich da einfach mal den Block dahin lege. Nein. 12, 59, 6, 81. Das wäre dann... Hier. Nein, hier. WTF? Gerade in dem Moment des Bounce kommt er um die Ecke, Alter. So. Das ist der Mittelpunkt. Ja. Und da ist dann der Rest. Top. Also können wir jetzt hier so einen Kasten machen, wo die drin landen, oder? Hätte jetzt mal getippt. Wir brauchen allerdings unser... Oh nein, oh nein. Warte, Tiefe 12 ist jetzt ein bisschen krass. So 7 ist ganz cool. Hoch 4 ist okay. Ja, langsam kann ich's. Ist das doch schon ein bisschen groß geworden. Verdammt. Warum? Ach, ist ja egal. So, Wireless Tablet am Start. Heißt das überhaupt? Ne Grid. Wireless Crafting Grid. Wir wollen die Sachen mal so nennen, wie sie heißen. So, ich glaube, diese Landeplattform ist echt zu klein. So. Aber ist ja nicht schlimm. Dann machen wir jetzt erst mal so einen Rahmen rum und gucken dann einfach mal, wo die landen. Cool wäre, wenn man irgendwie was aufbauen könnte, was die bei der Landung kaputt machen. Und dann wüsste man genau die Range von den Viechern. Wie gesagt, ich bezweifle, dass das reicht. Wir werden es natürlich noch ein bisschen schöner nach einbauen. Aber zumindest haben wir dann ein Auffangbecken für die ganzen Slimes, die hier sind und immer runterfallen. Das ist auf jeden Fall schon geil. So. Autsch. Oh doch, da ist einer. Ah, der ist natürlich jetzt hier runtergefallen. Und fertig. So. Ein bisschen größer geworden. Ein bisschen ist gut. Ich hoffe, das reicht jetzt. Wahrscheinlich kommt es da in Slime, der dann genau hier landet oder so. Auf jeden Fall ist der Auffangbehälter schon deutlich größer, wie man sehen kann auf der Karte. Vielleicht hätte ich hier nur einen Block in die Richtung gehen müssen. Aber ich glaube, das geht. Das ist eigentlich okay so. So. Und dann landen die da drin und dann werden die nachher weiterverarbeitet. Hoffentlich. So, wäre aber eigentlich immer ganz cool. Da sind jetzt gerade Slimes drauf. Zwei Stück sehe ich. Und wenn wir jetzt... Oder ne, gar nicht. Ich glaube, die sind hier im Wasser. Naja, top. Okay. Sind doch keine Slimes drauf. Aber wir werden es im Auge behalten, ob die nachher da drin landen oder ob die nachher fleißig rumhüpfen. Da muss man halt nochmal gucken. Und ansonsten würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und schreibt ganz gerne mal rein, was wir als nächstes machen sollen. Actual Editions, was auch ein bisschen technisch wieder ist. Botania, was natürlich sehr Magie angehaucht ist. Oder Astral Sorcery. Actual Editions habe ich noch nicht so viel gemacht und Astral Sorcery noch gar nicht. Also haut mal rein und bis zum nächsten Part. Okay. Tschüss.